Hallo ihr Lieben. Hallo. Heute Morgen sind wir aufgewacht und dann sagt der Helle zu mir, Rufi, wie wär's? Wir hatten so eine stressige Woche, könnte man nicht nochmal ein paar Tage wegfahren. Das war überhaupt keine lange Überlegung. Klar, wir packen ein paar sieben Sachen zusammen und fahren jetzt einfach mal los. Und wohin wir jetzt fahren, das wissen wir selber noch nicht so ganz genau. Wir warten jetzt nämlich mal ab, wohin der Kustel uns fährt. Und dann schauen wir mal, was wir nämlich machen, wenn wir nichts machen. Barbarie einfach abhängen. Ja, wie heißt es immer so schön, die Seele baumeln lassen. Und lecken. Ja, genau. Also, in diesem Sinne, bis dann. Also, was wir machen, wenn wir nichts machen, das werden wir sehen, wenn wir nichts machen. Und so machen wir das. Ja, genau. So machen wir das jetzt. Woohoo. Thank you. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das gibt's ja wohl nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 So. Jetzt sind wir von unserem Ausflug wieder zurück. Ihr habt ja in der Zwischenzeit gesehen, was wir machen, wenn wir nichts machen. Also wir packen jetzt einfach alles wieder zusammen und unsere nix machenden Tage sind jetzt leider schon wieder vorbei. Wir entsorgen und dann fahren wir heim. Ja, wir müssen jetzt leider wieder den Heimweg antreten, obwohl ich wäre jetzt auch noch gern hier geblieben. Es ist nämlich jetzt wunderschön, wir haben über 20 Grad und an unserem Kustel hängen lauter Marienkäfer. Und eins muss man sagen, schön ist es in der Ordenau und schön ist es im Schwarzwald. Bei dem wird das uns so besonders. Ja und was auch noch war, sobald wir in unseren Kustel einsteigen, ist einfach schon Erholungsfeeling oder wie sagt man das jetzt? Aber das geht euch mit Sicherheit genauso. Also ich bin ja so und so, ich radere ja immer ein bisschen mit der Medizin, ja mit der medizinischen Versorgung und ich sage eigentlich müsste man ein Wohnmobil auf Krankenschein bekommen. Aber die Ärzte verschreiben das nicht. Die verschreiben nur da dritten, ja. Okay, also wenn es euch trotzdem gefallen hat, obwohl wir ja nix gemacht haben, aber wenn es euch dennoch gefallen hat, dann... Gebt uns nix. Doch, natürlich. Dann macht ihr was und gebt uns einen Daumen. Ja genau, so hoch. Würde uns natürlich freuen. Also, ich sage jetzt Tschüss, bis dann. Ciao. Für dich! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018